Rolf Bledl steht neben mir, er ist der Naturschutzbeauftragte der Insel Helgoland und an ihrem Titel hört man ja schon, jetzt geht es um die Natur. Hinter uns sehen wir den roten Felsen, das ist ja das Wahrzeichen, die rote Farbe steht für Helgoland. Wie kann es angehen, dass es in der Nordsee, mitten in der Deutschen Bucht, einen Felsen gibt, der 50 Meter aus dem Wasser ragt? Vor ungefähr 250 Millionen Jahren hat dieser Buntsandstein sich ausgebildet. Das rote ist Eisendreioxid, das ist Rost und das graue ist Eisendreioxid, das ist farblos. Der Helgoland selbst steht auf einem Salzstock und vor ungefähr 50 Millionen Jahren begann dieses Salz aus großer Tiefe aufzusteigen und dem Buntsandstein die Kreide und den Muschelkalk nach oben zu drücken. Das war vor zwei Millionen Jahren abgeschlossen. Helgoland stand in einer Ausdehnung von 8 Kilometern Länge und 4 Kilometern Breite mit zwei hohen Bergen in einer Geßlandschaft, denn Wasser hatten wir damals noch nicht. So und dann kam das Wasser und dann haben die Vögel den Felsen als was entdeckt? Als Brutkolonie, oder? Die einzige Brutkolonie Deutschlands mit der Besetzung, die wir hier auf Helgoland haben. Was haben Sie denn hier für Seevögel? Ja, hauptsächlich Lumen, 3 Zehnmöwen, Tortalgen, Eissturmvögel, Gernetze, Jan van Gern, Basthöbel und Silbermöwen brüten auch ein paar und drüben auf der Düne haben wir noch eine große Herdingsmöwenkolonie. Sie haben gerade die Lumen angesprochen und zu den Lumen gibt es eine besondere Geschichte. Wenn die jungen Vögel Flüge werden, dann passiert was? Wenn die jungen Flüge werden, dann sitzen die Mütter abends im Wasser oder im Steinwatt und locken sie und dann springen die Kleinen in der Abenddämmerung bei Ebbe von oben vom Felsen runter ins Steinwatt. Und denen passiert auch nichts? Nein, das Brustbein, das ist so lang ausgeprägt, dass das den Sturz abfängt. Musik